Liebe Studentinnen und Studenten, herzlich willkommen zur zweiten Sitzung der Orientierungstage der Abteilung Alte Geschichte. Ich bin Dr. Antonietta Castierlo und werde Sie heute in diesem Video in das Studium der Alten Geschichte einführen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick über die Themen, die ich heute ansprechen werde. Zunächst werde ich folgendes skizzieren, die Zeit, der Raum und die Ziele der Alten Geschichte. Dann werden wir versuchen zu verstehen, worauf das Studium der Alten Geschichte basiert. Natürlich auf den Quellen, aber auf welchen Typologien von Quellen? Außerdem werden wir geeignete Methoden analysieren, dank deren Sie die richtige Literatur für ihre Ausarbeiten finden können. Am Ende werde ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie sowohl antike als auch moderne Autoren zitieren. Wir fangen mit einer Frage an. Wie kann man die alte Geschichte definieren? Oder besser, was ist alte Geschichte? In dem Buch von Hans-Joachim Gerke und Elmuth Schneider, Geschichte der Antiken, ein Studienbuch, wird die alte Geschichte so definiert. Die Wissenschaft, deren zentrale Forschungsgebiete die Geschichte Griechenlands und Roms, vom Beginn der Schriftlichkeit im archaischen Griechenland bis zum Ende des Imperium Romanum im Westen, während des 5. und 6. Jahrhundert nach Christus, sowie die Geschichte ihrer Nachbar-Volke hat, sind. Die alte Geschichte ist also die Geschichte, die sich genauer zwischen dem Beginn der griechischen Geschichte zwischen 1400 und 1200 vor Christus und dem Ende der römischen Geschichte etwa 300-500 nach Christus abgespielt hat. Wo? In den Regionen, die an das Mittelmeer grenzen. Der Raum der alten Geschichte ist also das Mittelmeerraum. Dann ist es wichtig, uns zu fragen, warum wir die alte Geschichte studieren. Was erlaubt sie uns besser zu verstehen? Die Antwort ist, dass wir dank ihrer Studie die Strukturen, die Prozesse und die Erreignisse der Vergangenheit besser verstehen können. Gemäß diesem Ziel wird die alte Geschichte in verschiedene Kategorien unterteilt, wie zum Beispiel die Erreignisgeschichte, die Personengeschichte, die politische, Wirtschafts- und Religionsgeschichte und so weiter. Im weiteren Verlauf muss man sich fragen, was das Grundelement für das Studium der alten Geschichte ist. Die Quellen, natürlich. Zunächst einmal muss man sich fragen, was eine Quelle ist. Als Antwort darauf schlage ich die Definition von Paul Kinn vor. Quellen sind alle Texte, Gegenstände oder Tatsache, aus denen ein Kenntnis der Vergangenheit gewonnen werden kann. Aber welche sind die Quellen der alten Geschichte? Die Quellen-Typologien können sehr unterschiedlich sein. Es gibt natürlich die Textentwickler-Autoren, aber auch Münzen, Inschriften, Keramik, Schmuck, Papyri, Architektur und so weiter. Im Gegensatz zur zeitgenössischen Geschichte hat die alten Geschichten nicht die Möglichkeit, direkte Gesprächspartner zu haben und daher können die Quellen nur von zwei Typen sein. Es gibt die Primärquellen, das heißt alle Dokumente, Manuskripte und Informationsquelle, die zu der Zeit erstellt wurden, als ein bestimmtes Erreignis stattfand und es gibt die Sekundärquellen. Es handelt sich viel mehr um Quellen, die Erreignisse aufarbeiten und diskutieren, die sich meist schon vor Jahren, wenn nicht gar Jahrhunderten, ereignet haben. Während Papyrologen, Epigrafen und Archäologen in der Regel mit Primärquellen arbeiten, verwenden Historiker Texte, die lediglich Sekundärquelle sind. Hier muss man also sehr aufmerksam sein und wenn man sich beim Schreiben einer Arbeit wiederfindet, sollte man das immer im Hinterkopf behalten. Erstens, Sekundärquellen sind oft subjektiv, weil sie die Meinung des Autors enthalten. Zweitens, sie basieren oft auf anderen Texten, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Drittens, manchmal haben sie einen Übersetzungsprozess durchlaufen, was bedeutet, dass der Übersetzer die Bedeutung des Originals gehändert haben könnte. Weil es also die Studie der alten Geschichte wirklich wichtig ist, ist zu wissen, wie man mit diesem Quellen umgeht, ohne das Risiko eines falschen Gebrauches einzugehen. Das Wichtigste ist die Aufrechterhaltung einer wissenschaftlichen Herangehensweise an das Thema und das bedeutet in erster Linie, eine Position zu diesem Thema zu beziehen. Dann müssen sie diese Position mit stichhaltigen und angemessenen Argumenten begründen. Schließlich müssen alle verwendeten Argumente für jeden nachvollziehbar sein. Im Hinblick auf den letzten Punkt der Verständlichkeit ihrer Arbeit ist eine klare und methodische Analyse der Quellen und die Fähigkeit zur Interpretation dieser Quellen unerlässlich. Dies dient dann dazu, ihre These verständlich zu untermauern. Zu diesem Zweck ist es zunächst wichtig, die richtige Literatur zu finden. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, einen Überblick über das Thema zu erhalten, indem man Suchseiten wie die Bibliotheksseite, aber auch Google Scholar oder andere nützliche Programme, die wir später sehen werden, verwendet. Versuchen Sie dann weiter vorzuschreiten, indem Sie das gesuchte Material lesen. Oft finden Sie durch das Lesen noch mehr Material zu diesem Thema, wodurch Sie dann zu einer noch präziser Suche übergehen können. Um all dies zu tun, ist es wichtig, viel und viel zu lesen. Nun stelle ich Ihnen kurz eine Liste von Suchmaschinen vor, die Ihnen bei der Erstellung einer Startbibliografie nützlich sein können. Zunächst einmal die Website der Bibliothek. Dies ist sicherlich der einfachste Weg, um bibliografischem Material zu finden. Gehen Sie zur Suchleiste und schreiben Sie das Wort, das sich auf das von Ihnen gewählte Thema bezieht. Ich habe hier zum Beispiel Augustus als Thema gewählt. Wenn ich jedoch nach etwas Konkreterem suchen möchte, wie zum Beispiel nach der Beziehung zwischen Augustus und Romulus, dann kann ich mehr als ein Stückwort verwenden. Dasselbe gilt natürlich auch für andere Suchmaschinen. Nützliche Werkzeuge für Ihre Suche sind auch Quellensammlungen, Lexika, Antbücher, Reihen, die Bibliografie und Fußnoten Ihrer Literatur und Online-Datenbanken. Auf Clio Online finden Sie einen hervorragenden Leitfaden für die Nutzung von Datenbanken, die für das Studium der alten Geschichte nützlich sind. Außerdem finden Sie dort eine Liste von vielen Datenbanken. Auf der Clio Website finden Sie den vollständigen Leitfaden und die Möglichkeit, ihn als PDF herunterzuladen. Unter Punkt 2 finden Sie die erwähnte Liste mit einer Erklärung für jeden Datenbank. Zum Beispiel finden Sie hier die Anephylogik, zusammen mit einer Erklärung, was diese Datenbank ist, wie funktioniert und so weiter. Was die Texte antiker Quellen betrifft, so ist Perseus ein sehr nützliches Werkzeug. Eine Datenbank mit einer Sammlung von Texten von Historikern, Dichtern und Oratorien der Vergangenheit, in der Originalsprache und mit englischer Übersetzung. Wenn Sie auf Collection Text klicken, werden Sie auf eine Seite mit einem Link mit dem Titel Greek and Roman Materials weitergeleitet. Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden Sie auf eine Seite mit Dokumenten weitergeleitet, sortiert nach Autorennamen in alphabetischer Reihenfolge. Dann gibt es Propyläum, welches auch eine Datenbank ist und wie die Anephylogik für bibliografische Recherche nützlich ist. Wenn Sie auf Suche klicken, werden Sie auf die Suchseite weitergeleitet. Weitere Möglichkeiten finden Sie, wie schon gesagt, auch auf Clio oder auf der Website der Universität Berlin, wo andere Instrumente für das Studium der alten Geschichte gelistet werden. Nun wollen wir sehen, wie man Zitate erstellt. Wir zitieren Sie einen antiken Autor in den Fußnoten durch Abkürzung des Namens, des konsultierten Werkes, der Nummer des Buches oder des Kapitels des Werkes und der Absatznummer. Zum Beispiel ZIT für Cicero, REB für die Republika, ein Werk von Cicero, 2, das ist der Kapitel, und 32, Paragraf. Am Ende kommt ZIT, REB 2, 32. Die Abkürzungen sind natürlich nicht zufällig. Normalerweise folgen sie verschiedenen Stilen. Die Abkürzungen, die Sie für Ihre Fußnoten benutzen müssen, finden Sie im neuen Pauli, Band 1. Hier an der Beispiele, Cicero, wir haben das schon gesehen, das heißt Cicero, die Republika, Plut für Plutarch, Taz hießt für Tacitus Historie, Tug für Tukidides. Im Kölnverzeichnis sollten die antiken Autoren zusammen mit der verwendeten Übersetzung zitiert werden. Hier sind zwei Beispiele. Das erste Beispiel zeigt eine Version mit Originaltext und Übersetzung. Das zweite eine Ausgabe mit der deutschen Übersetzung. Beim Zitieren modernen Historiker müssen die Fußnoten anders sein. Wenn es sich um einen Teil eines Lexikons handelt, müssen sie Nachnamen, Vorname, In, Lexikontitel und gegebenenfalls Bandangabe, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, Seiten oder Spaltangaben schreiben. Diese Methode wenden Sie nur dann an, wenn Sie das erste Mal den Autor oder die Autorin zitieren. Ab dem zweiten Mal können Sie zur gekürzten Version übergehen. Nachname, Jahr, Seiten oder Spaltenangabe. Wenn Sie eine Monografie zitieren wollen, müssen Sie in den Fußnoten beim ersten Mal Nachname, Vorname, Titel, gegebenenfalls mit Untertitel, Ort, Erscheinungsjahr, Seite schreiben und dann Nachname, Jahr und Seite. Bei Artikeln wird beim ersten Mal Nachname, Vorname, Aufsatztitel, gegebenenfalls mit Untertitel, in Titel der Zeitschrift, Jahrgang, eventuell EFT, Erscheinungsjahr, Seitenangabe. Und beim zweiten Mal nur Name, Jahre und Seite der Artikel geschrieben. Sie finden diese Informationen im Link zum Geschichtsinstitut, aber auch in den Basismodulen und im Gespräch. Und natürlich auch auf der Website unserer Abteilung unter Informationen für Studierende, wo Sie auch Informationen über Kurztests, Bewertungskriterien und E-Mail-Etiketten finden können. Wenn Sie stattdessen mit uns in Kontakt treten möchten, finden Sie unsere Kontaktinformationen unter Personen. Für Fragen können Sie sich mit Professor Michael Sommer oder mit mir in Verbindung setzen. Wenn Sie sich über die neuesten Nachrichten aus der Abteilung auf dem laufenden Alten wollen, können Sie uns auch auf Facebook folgen. Bewerten Sie, dass jeden Dienstag neue Videos der Vorlesung auf dem YouTube-Kanal der Alten Geschichte Uni Oldenburg auch geladen werden. Wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank und viel Erfolg im Studium!